Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück bei der Strange Brigade und dieses tolle Spiel spielt man nicht alleine, das kann man nur mit ganz vielen Leuten spielen und deswegen habe ich mal wieder mein Inventar mit dabei, einmal den Alex, hallo Alex, Finale, oh, und im Inventar enthalten ist natürlich auch wie immer Späßesfeld aka Olli, hallo, und auch die Kim ist noch in einem kleinen Action des Inventars mit enthalten. Hallo Kim aka Amanari. Hallo, hallo, ja, ich quetsch mich in irgendeine kleine Ecke, das ist voll okay. Das ist deine persönliche Ecke. Ja, ich mag diese Ecke. Schön eingerichtet, brauchst ja nicht so viel Platz und heute geht es in die Pyramiden von Bees und da ist auch nicht so viel Platz, aber bestimmt ganz viel Untoten-Zeugs wieder mit drin und das gilt es nochmal wegzumachen und deswegen machen wir da jetzt mal auf und los geht's. Ist da jetzt jemand rausgefallen? Ja, das hörte sich so an, als wenn er das sagte. Seid ihr noch alle da? Ja. Ja. Kim? Ja, ich bin da. Ja, okay. Mal gucken, wer alles in der Lobby landet. Ähm, ich sehe nur drei Fallschirme. Ich auch. Spannung. Sehr verrückt. Ich bin schon mal nach Kassien vorhanden. Ach, wieso? Und ich dachte, wir sind noch im Menü. Ich habe auf Fertig gedrückt. Ja, war ja auch richtig. Moment mal, vielleicht kann man dich auch noch nachladen. Ach, guck mal. Wir brauchen dich doch. Drücke R für Kim, nachladen. Einladen. So, guck mal. Jo, schauen wir mal. Wir brauchen doch unsere allerbeste Katzenjägerin hier in der Runde. Oh, ich habe die Gefühl, dass es hier schmerzen sind, als wir in Lowe. Jo, klappt ja bisher nicht so gut. Nicht so. Wetter was oder wetter nix? Nö, irgendwie nicht. Ich habe die Einladung angenommen und jetzt tut sich genau gar nix mehr. Das ist ja nicht so gut. Moment, ich probiere es vielleicht nochmal. Einladen. Mhm. Ich starte. So. Wir haben auch schon mal gestartet versehentlich. Das okay. Ja. Also scheinbar darf ich... Wenn man in die Map reinrennen versehentlich nennen kann, ja. Dann ja. Dann würde ich fast sagen, wir machen nochmal einen zweiten Reboot, oder? Oh, geil. Ich lege hier gerade das Spiel meines Lebens hin. Nee, nee, nee. Das darfst du gleich nochmal wiederholen. Das war ein Faulspiel. Dann gehe ich nochmal zurück in die Lobby und schleife euch alle mit. Wie eiskalt. Ja. So, und lade dich jetzt nochmal ein. Mal sehen, ob es jetzt funktioniert. Aber man muss sagen, das ist das erste Mal, dass das Spiel sich da gerade querstellt. Aha. Ja. Jetzt, 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 jetzt können wir wieder los. Nein, du hast wieder den Haken nicht gesetzt, Kim. Ja, ja, ja. Nee, der geht weg, sobald ich irgendwie, oder? Okay, probieren wir es nochmal. Jetzt ist wohl alles im Lot. Jetzt habe ich auch einen Ladebildschirm. Hey. Cool. Na, wer ist diesmal nicht dabei? Sagte ich mit meiner großen Klappe und sagte dann, scheiße, ich bin nicht dabei. Für den Ende der Welt Zauber drücke ich als ohne vier. Ja, genau. Ja, darauf fallen heutzutage immer noch sehr viele rein. Ist erschreckend. Na, was ist denn da los? Da sind wir zu kurz. Vier Fallschirme. Vier Fallschirme. Jetzt müssen wir nochmal zurück ins Flugzeug und haben jetzt die Kim einfach rausgezerrt hier. Ich war noch kurz auf Toilette. Ja, und wir springen einfach weg. Sie kommt raus und sagen, wo sind die alle? Kurz mal nach. Wir sind wieder ins Flugzeug zurücksprung und haben nochmal nachgeschaut. Na, triggern wir versehentlich wieder. Ach, nichts. Ich glaube, es gibt Leute, die hätten ganz gerne, dass das Spiel endlich vorbei ist. Ah, wo kommst du her? So versehentlich, jetzt sind wir doch alle da. Darf man da nicht machen, was man will? Wir beeilen uns schon, okay? Wir rushen jetzt durch. Eiskalt. Oder wie gewisse Nationalitäten in Counter-Strike immer zu sagen, blicken, rushby. So, wo haben wir denn hier? Was ist denn das für ein tolles Räumchen? Kurze? Feinde? Ich hab die Katze. Ich hab die Feinde. Keiner hätte was anderes gedacht. Was? Okay, ich bin zum nächsten Lager vorgedrungen. Da komm ich nicht hoch. Da ist aber hier noch so ein Draufstellding. Ach, da ist auch noch ein Hebel. Moment, hier gibt es noch einen anderen Raum. Ja, ich dachte, wir machen mal vertauschte Rollen. Wir stürmen vor, weil dann alles weg die Kim und ich und ihr macht Rätsel. Du willst mich auf Rätsel loslassen, Alex. Du weißt genau, wie gut sowas funktioniert. Oh, da sind ja Gegner. Aua. Dreh mal nicht. Lass es nicht hin. Ach, da schießt einer. Wie schön. Ist ja eigentlich ganz nett mit diesem Eisstein. Und der fritt ganz gut ein. Äh, ich bin auf dem Knoppels. Schießt du mal auf das Loch da, bei dir? Welches Loch? Mach ich das halt. Also, hab ich schon gemacht. Ich schieß nicht auf einfachen Löcher hier. Achso, da war nochmal ein Hebel. Äh, ein Schalter. Schatz, Schatz, ein Atefakt. Wafür? Da ist Magik da. Sind das blöd, dass der im DLC, glaube ich, nicht mehr anzeigt, was das für Waffen sind. Also, da vorher auch nicht. Aber wenn man sie aufnimmt, hat das ja immer gesagt. Will die hier jemand? Nö. Moment, das ist ja. Das ist wieder der Querschläger, würde ich sagen. Äh, mag ich nicht. Sieht so aus, ja. Ne? Na komm, nimm die ruhig. Ne. Chillburster. Und dann hat er irgendwas mit Freeze gesagt. Vielleicht hab ich ne Eiswaffe. Naja, bin mal gespannt. Ich nehm Erdbeer. Ja. Pistazie. Ach, wisst ihr was? Weil ihr seid direkt Fürstpückler. Drei auf einen Streich. Hm. Hm, was für ein Ding? Fürstpückler, das ist, was ist das eigentlich? Vanille, Schoko, Erdbeer, glaube ich. Oh ja, quasi ein Klassiker. Hm. Warum leuchtet denn das Rot? Oh, huch. Deswegen leuchtet das Rot. Ne, wir feuern es recht schnell, aber auch von Eis. Oh, oh. Auch von Eis hab ich da jetzt nichts gemerkt. Hä? Da eisern doch hier lauter Fliecher. Oh, 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 oh. Oh, okay. Die können fliegen. Boah, ich weiß ja nicht. Ups. Hup. Ne Falle. Ja, du hast genau das gleiche gemacht wie ich. Wie zerträgt. Ne, ich glaub da war, ich glaub da war irgendwie ein Querschläger. Ich hab da eine rein gezielt. Ach so. Was ist das denn hier? Wie soll man denn da rankommen? Da ist Munition. Ist das stimmt? Munition. Munition. Okay. Hallo Herr Höhle. Achso, ist ne Kohle denn. Ah, und ein Zeichen. Hier ist ein Auge. Oh ja, stimmt. Ich kann's wieder öffnen. Ach du kannst öffnen? Sehr schön. Ja, deswegen bin ich der Professor. Ich glaube nicht. Die sind einfach nur da. Was machen die Zeichen? Sie leuchten blau. So. Hier sind noch Tränke, wenn die jemand braucht. Gibt's hier noch Kulturen zu vernichten? Das sind für ein tolles Rätsel. Oh, oh. Ich drehe da einfach ein. Ja, erstmal über alles drüber. Latschen. Das ist Memory. Die Frage ist, wie resettet man's überhaupt? Indem du nochmal drauf gehst, oder nicht? Vielleicht machen wir einfach alles mal an hier. Ach nee, ach, warte mal an den Wänden hier ist. Ach, da müssen wir so Symbole nachbauen. Daniel, echt jetzt? Wir machen mal alles an und da stehen überall die Symbole? Ich sag doch, ich bin für Rätsel nicht geeignet. Ich bin dafür, dass du ab jetzt alle Rätsel machst. Nein! Ach nee, warte, das sind die anderen. Also warte mal auf, der muss weg. Abschauen. Der da unten muss ran. Und der da muss weg. So. Ist jetzt so gut. Weißt du, du musst doch nur das nachbauen. Ja, ich... Ach so, ist schon gemacht, okay. Nee, warte mal, das ist noch gar nicht gemacht hier da. Das ist, warte mal, rechte Seite. Halt, Stopp. Eins, zwei, zwei. Guck, ich hab auch erfolgreich eins gemacht. Oh nein. Hatten wir den nicht schon mal? Ja. Nee, der hatte uns schon mal. Ey, Vögelchen. Du bist ein bisschen eingerostet. Wir haben deine halbe Verwandtschaft schon ausgelöscht. Geh lieber. Geh einfach. Der steht unter Naturschutz. Und auch wieder mit Pyramide. Vielleicht ist es die gleiche, die ist jetzt offen. Ach, ach du Schreck. Schade. Das wär lustig gewesen. Ach nee, wir müssen noch drei andere aktivieren. Oh oh. Oh Gott. Oh, wo kommt ihr denn alle her? Äh, ne, ist hier rum. Jemand nen Sprengmeister bestellt. Oh, amulett leer, amulett voll. Oh, der Professor rennt immer so, als ob er die Hose voll hätt. Oh, vielleicht hat das ja auch. Das könnte seinen schnellen Shit, ähm, erklären. Seinen schnellen Shit? Ja, so ungefähr. Flitze kackeln. Oh. Oh. Der kündigt uns. Katze. Katze? Katze. Sehr gut. Ups. Ja, dann gehen wir wohl jetzt in den Untergrund. Hebel. Ich hebel mal. Naja, da ist unser nächstes Ding. Das ist ein Büchlein. Okay, wir brauchen wieder einen Code. Einen Teil hab ich. Der mittlere Teil, das ist der Vorderer. Okay, alles klar. Der Code ist da. Der Code ist da. Okay. Das brauchen wir. Oh. Da ist ja viel Material. Dann das. Dann. Dann. Die haben ja die Mumie gedreht. Ups. Ja, die haben die Mumie gedreht, ziemlich moralistisch. Ihr habt Spaß, ja? Ich hab keine Ahnung, hier ist nix, hier ist nix, außer... Stell mir diese Frage nicht, Alex, stell mir die Frage nicht. Ihr habt fast alle Spaß, ja? Ja! Oh Mann. Warum kann ich denn nie solche Höhlen öffnen, ohne... Diese Scheißfallen überall. Ohne, dass irgendein Mist passiert? Boah, heiße Sache hier. Ja, ich hab alles gelootet. Ich will hier nur raus. Luterama. Ich tank mich mal voll und hol noch n'n Trank. Uff, jetzt hab ich n' Buch gefunden. Erst tanken, dann tranken. Ups. Nette Falle. Ja. Hat aber wieder aufgehört zu fallen. Diese Aufsteller hier sind schön, oder? Warum sind denn hier so Aufsteller? Ja, weil die hier einen Film drehen, die haben die Mumie hier gedreht. Aber die gibt's doch in Wirklichkeit. Ja, aber nur wenn wir da sind. Das weiß man auch erst, wenn man's weiß. Ah, da ist der blaue Kristall. Alles klar. Wohin, ich komme. Ich komme. Ist ja ne Toll, der hat die Mumie auf Daueraugen. Wie weit kann man eigentlich weggehen? Na, als ob da Gegner kommt. Damit hätt ich ja nie gerechnet. Hat die das an die Kamera dabei? Action. Ach, Maul. Ja, wie dir? Hau, die Kronade. Das war jetzt die maximale Verschwendung. Hau, die habe ich nicht gesehen. Hauptsache, es sah cool aus. Ja, wie wir zu dritt jetzt jeweils Dynamiter in den einen Gang reingeworfen haben. Und da kommen immer noch welche raus. Ja, das ist so unglaublich. Ich höre euch doch, ihr kleinen, miesen, trockenen Mistvieh hier. Na, wollt ihr auch hier hoch? Na, da kommt doch... Hey. Sieht doch ganz gut aus. Oh nein. Da war es der, die... Oh, 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 oh. Da hatte sogar Autofreuer. Ich wechsel mal wieder. Ich habe für sie nicht die Kanade geworfen, ich Idiot. Nee, kann der Kleine sich mal abregen, hier. Die sind ja hektisch. Sorge mal. muss ich mal drauf gehen mach mal amulett hier, was macht mein amulett ein toll apropos amulett, das ist ne gute idee ach so, hühnchenparty hoppla hier wollte ich gar nicht hoch, ist aber auch ganz passend können wir nicht bewegen jetzt na du auch mal, na gut, dann auch mal ich glaub da ist nur irgendeine Kuh oh nein, die Kuh macht muh, da ist sie aua in der Bewegung, Aschstart mach mal was ist mit euch allen los nichts besseres zu tun da fliegen meine ja, das war im Matafix nur ne gute Dynamit-Sache sag mal, jetzt fall doch mal um du blöde musst du was los du hast doch nix mehr viel kaputt na, alles soll er erst mal nachdenken okay, jetzt brauchen wir doch noch zwei und was passiert dann eigentlich dann kommt der Endkampf wahrscheinlich hey, ich wollte doch mal hintergucken da ist mit sicher doch irgendwas tolles drin hier ja natürlich, Kisten Kisten oh, da ist ein wieder ein Heftchen da ist nochmal ein, ein, ein Kätzchen ach, was soll's ne, kein Kätzchen, das war irgendein anderes Blausding oh, Gegners was? was denn? Woll doch mal nicht rumpeln in einem Gegner aber der hat so böse geguckt es ist aber sowas zum einsammeln hey du bist so ein ach, so ein Entschuldigung ich wollte die Situation etwas aufheitern damit du den bösen gucknen Gegner vergisst Heilung Elixir aber dem hat es ein bisschen Spaß gemacht hat mich ja hier nicht getroffen ja, was beschwerst du dich denn dann? ja, weil du, weil du, weil du hier, ne, mich erschreckt hast oh, mein, die Sätze, die du siehst, wenn du travelst ein properer, kleines, schlusses Papier hä, wer läuft da? da sind so viele Drenge dran wer bist denn du? was hat denn der für Probleme jetzt? der hatte irgendwas auf dem Rücken komisches Ding da gehen Sachen hoch ah, guck mal was? oh, was verholt ihr denn jetzt hier? müssen wir irgendwo, ah, warte mal, da ist was zum anschießen und wo jetzt? irgendwo muss schon was sein, glaub ich ja, irgendwo muss es wieder so einen Skarabius-Schlüssel geben ja, den sehen wir gerade schon ich seh ihn, aber ich komm nicht ran ach, da oben müsste hier was einmal zweimal wir haben's gleich oh, okidoh mal und dann machen wir Gegner ich hab eigentlich mit denen auch sieben boah seid ihr da überhaupt da in die Mitte gekommen? na, von hinten ich hab vergessen die Gegner kaputt zu machen die stehen wieder auf liegen bleiben also noch so einer von der lustigen Sorte da war noch einer die sie erst mal so ganz ruhig laufen und irgendwann machen sie dann Tempo wo müssen wir jetzt mit dem Kristall Skarabius-Ding hin? da, hier da vorne zur Tür ach da, die Tür da würde Skarabius an der Tür hängen Alex Flammenwerfer uh hm ich hab grad warte mal ich geb dir auch eine Kiste aus warte hier, guck mal keine Ahnung was jetzt drin ist oh, Schroti ah oh Karabius kommt ja, Blunderbuss sehr gut hä? baller ich mal voll auf ihn raus Rähne, du Sau äh, du Kuh ach, sehr schön sehr schön Ja, und weg ist er Sehr schön, sehr schön Aber nicht mehr Medium Rare Der ist ausgebrannt Der Burnout Oh, hier entsteht lauter Zeugs Oh shit, ich habe keinen Trank Mir geht es nicht gut Ganz plötzlich Oh Das war es schon Ich bin traurig Mein Flammenwerfer ist alle Ich habe ein bisschen übertrieben Ich konnte es nicht halten Und dann war es vorbei Katze Irgendwo Da ist er, ja Oh, was ist das denn? Ach, da schieße ich einfach mal drauf Okay, so leicht ist das dann wohl doch nicht Ach, runter mit uns Drauf gesch... Ah ja Ist er aufgeschossen Anstrahl Oh Gott, putz Das war die Falle Sollte das so sein? Ne Au Oh, ich bin voll in die Falle reingeladen Ist ja auch toll Wo muss man denn da hinleuchten? Ich mache mal die ganzen Dinger auf, ne? Geht der mal hoch hier? Geht der nicht Ah, so Ich mache fast die ganzen Dinger auf Äh Wie geht das jetzt weg? Achso Oh, immer sprengen, bitte Dann kommen wir jetzt da ran Oh, ich brauche einen Trank Brauche einen Trank Dralle, Mann und Söhne Ähm, ich Okay, wer auch immer das getan hat Sehr gut Ich habe so einen Boppel angeschossen Ach, perfekt Okay, jetzt sind die ganzen Dinger Was macht ihr? Dreiecke? Sind wir schon in die Mitte Achso Soll das so? Ja Denke ich mal Das arretiert ja auch so ein bisschen Ah, ja So Jetzt kommen jetzt Gegner War richtig Das war das letzte, ne? Jetzt kommen wir in die Mitte Glaube ich Ja Guck mal eine an Wir haben Gegner Wir haben Besuch Eins Gange rein da Sag mal Da benutzt man schon ein Amulett Der ist immer noch nicht weg Äh Was seid ihr denn alle? Ich glaube Verstärkung Hier ist eine Rätsel Nein, hier sind Gegner Mein Gott, verkehrte Rollen Wie löst man das? Das sind drei Symbole Ich habe keine Ahnung Hier ist auch noch ein Rätsel Ja, ich glaube ich habe die schon gesehen Warte mal eben Ah, warte mal Hier haben wir irgendwie ein umgedrehtes Bühnchen Drei Wellen Und hier oben Diese Schleife Aber das sind noch genau die Symbole Hast du sie gemerkt? Ja Ich verteidige dich Ja, das ist eine gute Idee Super Komm, hier gefloot Ich habe es mir nicht gemerkt Warte Aber ich habe es gleich Ich habe noch eine Chance Du bist so Hammer Ich verstehe nicht, wie du dieses Spiel nicht mögen kannst Hier ist ein Zwang Oh, Mist Hier geht es weiter Hey, warte mal Ich bin auch Feuer schießen Ich dachte hier vorne geht es weiter Also hier sind jede Menge Gegner Hier auch Aber hier ist auch eine Tür, die zu ist Hm, ja Warte, warte Feuer und Flamme Mensch, Feuer und Flamme Ach ne, warte mal Ach ja, genau, blauer Pöppel Hier geht die Tür wieder auf Hey Ja, geh immer mit einer ungeladenen Waffe ins Gefecht Alex, das machst du immer gut Wow Was sind wir denn hier? Und warum sind wir hier? Was ist mit dir los? Geh weg So, geht nach Hier ist die klassische Waffe Oh Wieder kommt noch mehr? Ich seien doch alle gar nicht eingeladen Boah Hat schön geflackert hier Huch hollöchen Huch hollöchen Wo kommt, was, was macht ihr denn hier? So, gut nach Hab sie Hab sie Also wir haben hier unten irgendwie so den dritten Weltkrieg angezettelt, aber ich weiß noch nicht den Sinn dahinter Laufen wir gerade versehentlich weiter Olli oder laufen wir im Kreis? Ich bin da jetzt zurückgelaufen, stelle ich fest Ich check's gerade nicht Sollen wir euch mal unterstützen kommen? Oder kriegst du das hin? Nee, die Gegner sind weg, aber ich weiß nicht warum wir jetzt da unten waren Ja, es ist einmal im Kreis rum, sah's so aus Ja, aber Okay, das schau auf Wie sieht's aus, wenn nur noch eine Tür ist zum Aufmachen, oder? Oder täuscht das hier nur so? Ach guck mal, da ist was Wie ging das denn jetzt? Ich glaube, das täuscht Oh, wir haben alle vier Figuren in diesem Rebellieren Schau mal her Teilen wir uns das Gold, komm Du das Rechte Was? Wo? Achso, da ist noch was, okay, dankeschön Schöne Schatzkammer, ja Pssst, sagt er sich so laut, sonst wollen die anderen auch noch was haben Ja, da ist nichts Laufen sie weiter Wir sollten es mir ja gerne länger angucken Ne, mach dir durch, ich hab schon eine eigene Kiste Da ist überhaupt nichts Wie, du hast eine Kiste gelootet? Warum hast du uns nichts abgegeben? Na, ihr wolltet ja, ihr seid vorgerannt Ja, na und, wir haben euch den Weg freigeschossen In die Sackgasse hinein, weil bei uns war nix Ja, ihr solltet noch mal zurückkommen können, aber du warst ja immer die ganze Zeit nur am Vorwärtsdrang Na und? Ja, ist nix Da ist es, die letzte Statue! Ich komme Na, guck mal da an Ach, das ist der letzte oder was? Ach man Aber man muss ja sagen, also, die DLCs geben einiges her, finde ich Die haben schon Umfang Die haben viel Gegner her Ja Oh, jetzt kostet sie schon tausend die Truhe, ich weiß ja nicht Andererseits ist es das Finale Ich guck mal nach Ach, was soll der Geiz? Genau Wenn es dir nicht gefällt, sponsere ich dir eine Und wieder die Sniper Nee, das sieht aus wie... Keine Ahnung Will die jemand aufheben? Was ist das? Am Ende ist es so ein Präzision... Ich kann es nicht einschätzen Ach komm Aber ich glaube, es ist so Einzelschuss Präzisionsding, danach sieht die aus Ja komm, ich nimmer Dann machst du mir jetzt aber eine auf Ach, geht ja gar nicht Ja, ja, Moment Ach, bei meinem Glück wieder, ne? Ja, guck mal Ja Oder gibt's den mehr... Du hast ne Armbrust, oder? Du hast ne Armbrust? Darf ich die nehmen? Ja, ja, klar Das ist wie cool Probier mal Ja, mal sehen, ob die... Was hab ich jetzt? Effektiv genug ist Die kriegt da genau in seinen blauen Knubbel rein Will jemand ne Schrottflinte haben? Kim? Ha? Willst du ne Schrotti? Äh... Nimm du sie Nee, ich hasse Schrottflinten Ich hasse Schrottflinten Ach echt? Ja, dann nehm ich sie, danke Soll ich dir eine aufmachen? Ich kann auch selber noch mal eine aufmachen Ich mach's schon Gibt's nen Flammenwerfer? Nö, Shotgun Öh Nö, würde man das doch sagen, oder? Doch, das ist das eine, ja Na gut Na gut Ja gut, dann nehm ich halt ne Shotgun Ich liebe Shotgun, das hab ich schon erwähnt Achso ja, blauer Stein Mir fällt hier grad so ein roter Knubbel auf, die leuchten so komisch, ne? Was? Wo? Hier am Rand Ich weiß nicht, ob das ne Rolle spielt Aber diese roten Knubbel... Ja, wenn gleich... Ach, das ist die Falle, okay Ja, 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 ja Mhm Na ja, dann wollen wir doch mal die Shotgun ausprobieren Ah je Ah, Brust Ich seh ja schon, das ist wieder nix für mich Aber gut Aber die sieht stylisch aus Ja, das ist richtig Ja, das ist richtig Schau mal Alex, wenn du jetzt nen Flammenwerfer hättest Oh, da kommt aber schon bissl was Na dann, Granatwerfer los Yo, ich werfe rechts Äh, wo bin ich denn? Klup Ok, ich werfe nicht mehr rechts Ich zieg's mir da Ich glaub meine... Meine Armbrust ist explosiv Die zündet Ich propf das dem Gegner irgendwo rein Und dann braucht's noch... Alter, was ist das mit... Was ist das mit ne Schrotflinte? Aua Allerdings... Ah, jetzt... Weckt der Schild-Heini das mal ab Oh, die heb ich mir mal auf Sehr geil Also ich kann präzise Schüsse setzen Am besten auf größere Gegner Ihr macht mal die kleinen Und ich mach was, was sich lohnt Einen hab ich noch Was lohnt sich denn? Ich lauf ein bisschen rum Ähm... Kleinkram hier Der krabbelt noch, der kleine Oh, nein Das war nicht so gut Aua! Äh... Irgendwas hat mich getötet Oh... Ähm... Wo kann man dich denn finden? Da hinten Ich weiß nicht, was das jetzt war Es war... Ich mach dich auf Es war... Ein Hit Ja, manchmal ist das so Klopf, klopf Aber... Aber jetzt ist die Schrodi weg Aber jetzt... Aus Prinzip kaufe ich mir jetzt gleich noch ne Kiste Kann ja nicht angehen Der hat sich teleportiert und hat glaub ich mein Projektil mitgenommen, was ich ihm ran gefropft hab Nilsons Ghost Nicht schlecht Na was willst du denn hier? Oh... 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 Warte, 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 ey... Der kriegt eine ab Oh... 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 Jetzt... Da muss ich ne präzise Armbrust setzen dann Ich schieße wieder Schrodi rein Ich treffe auf jeden Fall Ich hab vielleicht ne Chance Oh... 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 Wie er auseinander gebröckelt ist Haha... Ist ja nett Au... Oho... Oho... Äh... Gibt's irgendwo noch nen Trank? Ähm... Ah... Mist... Ne... Ich hab grad selber einen genommen, aber ich brauchte ihn auch dringend Da liegt einer unten Ich muss hier hoch Ich muss den von oben einen verpassen Nein, jetzt dreht er sich wieder zur falschen Seite Ok, ich konnte noch die letzte... Ne, ich hab noch zwei Schüsse mit der... Ok... Au... Weißt du... Ok... Ok... Armbrust ist vorbei Aber die war gut Die war echt gut Die war echt gut So... Weg ist er Tatsächlich Er ist ganz aufgelöst Er ist ganz aufgelöst Welch Special Effects Ein Flammenvogel Wir verhindern eine ältere Welt Du sollen mir einfach mal was sagen Hier ist übrigens ein Trank Oh ja... War ein Trank Entschuldigung... Entschuldigung... Aufgehoben Äpfel Äpfel der schruti erreich ich alles jetzt ich gehe mal aus der mitte raus noch mehr tränke so einer noch aber wo bei tolkins hosen jetzt der damit zu tun ja hier noch keine gesehen das ist wie mit den ziegen die halten aber auch was aus hier das war der letzte schuss da ist noch ein drang neben der tür das muss jeder selber aufheben ach so haben wir jetzt das ende der welt verhindert oder müssen wir noch was tun ach so das ist ein teleporter ne auf jeden fall können wir das ende des spiels nicht verhindern ich freue mich schon auf den zweiten teil damit sicherheit irgendwann kommen wird glaube ich nicht das spiel hat sich ultra schlecht verkauft ist das so schade schade eigentlich weil stimmungsvoll ist es oh die letzte schlacht genieße sie ollie genieße sie ja aber wir können ja auch den horde modus danach ausprobieren hier schau mal hier gibt es noch waffen zum kaufen komm ich gebe noch mal eine aus mal gucken das ist ein shotgun nehehehehe da kommt noch eine nächste dann sind wir wieder shotgun in frieden eine shotgun hey aha das war nicht ich ja ja gibt es eigentlich friendly fire oh ho what have we here oh ich glaube nicht oder hm okay ha jetzt machst du wieder einen flammenwerfer oder einen ich brauche jetzt mal gegner am besten welche die sehr leicht entzündlich sind also welche mit äh mit mullbinde als umwicklung ja 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 doch was komm gehen wir in die letzte schlacht wartet katzel das sieht schon schön aus hier mauzi 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 tot ah da ist die höhle mauzi ist mauzi tot da ist die miese katzen dempel ach so hier hörn hühnchen fucker herr jemine darfst du unschuldig lang oh das hebele moment jetzt gehts da lang sicher ist sicher ich wollte dich nur verteidigen das ist wie in so einem amerikanischen film irgendwie so nach dem motto hier Tür auf knock knock ja ja genau so ist es hier ist die SWAT Team mhm ok hat haben alle noch Zusatztränke ja ne seid ihr alle voll ja weil hier gibt es noch Tränke ja hier gibt es jede menge Tränke dann macht euch lieber nochmal voll wenn was fehlt und nehmt sicherheitshalber noch einen mit so Papa schlumpf hat gesprochen also ich bin hier ist noch ne Tür die nicht auf geht also ich bin verpasst voll ich mach mich voll und nehm einen mit was soll ich hier lange warten so wer schießt denn hier Hühnertod das ist ja auch ne blöde Bezeichnung manari hat sich verirrt das stimmt ja gar nicht ja hier ist noch ne Tür das stimmt ja gar nicht sie guckt ja absichtlich also dass sie dass dieses Spiel einfach was behauptet ja achso tatsächlich da ist noch ne Tür ja wo denn was denn ja hier naja hinter der Tür ist noch was ja und ich wüsste gerne wie man die aufbekommt hinter der Tür aber ich weiß es nicht ich mach dabei noch ein Heftchen ist ja überall Geld rum Mensch ich lauf hier irgendwo rüber und hinter der Tür ständig kommt Geld rein so wo war das jetzt die Tür hier rechts warte 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 es gibt halt hier auch nirgends wo irgendwie so ne Art Schalter oder sowas nö da ist schon noch Zeug ne ja das stimmt ach das war die Katze hier ok da kannst doch nur irgendwie ne vielleicht wenn wir alle vier Grenaden dagegen werfen nö natürlich das ist keine amerikanische Tür nö 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 ja nö nö mir gleich ja lasst die tür tür sein ja komisch komisch kommt er liegt aber auch gold oder kommt man schon irgendwie rein dachte erst welches so eine art fake oder die tür geht erst auf wenn wir jetzt hier den links aktiviert haben das ist auch möglich danach sieht die nicht so aus für mich aber gut abwarten können sie mal probieren wir werden ja wahrscheinlich nicht weg geblieben sondern jetzt geht nur die vordere tür auf genau und die hintere zu ah ja okay also das ja gut das macht nichts wartet wartet das ist egal ach so ja stimmt gibt den einer vielleicht ist es der trick dass man den anderen weg gefunden hat durch die katzentür und dadurch kommt man da noch mal hin aber das ist schon sehr verdreht hat auch nichts gebracht ist immer noch zu dann wird da wohl nichts mehr draus ui 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 ja oder das ist das ist zum einsetzen des schildes okay ich komme zurück ihr könnt nicht ohne den professor hier die rätsel lösen beziehungsweise das spiel beenden ich löse doch keine rätsel ich gehöre zur hauptcrew hier gehören wir nicht alle zur hauptcrew hier ist ein thron das ist meiner mein gott wie viel tränke sind hier was geht hier gleich ab die frage ist was geht hier gleich ab ja okay was müssen wir machen das schild einsetzen ja dann ist jetzt der schild ein ja aber da müssen wir glaube ich mehr als einer sein den schild alle team kameraden ach da oben die schild der schild ja glückwunsch was ist denn die alte jetzt schon wieder hier elke elke come back ja 3 3 elkes elke inge und bertha ich wäre ja für hildegard gewinzen ist es mir egal sie können ja auch spitzen namen haben ja genau ich heiße elke aber nennt mich ruhig hildegard für dich bertha ja hopp warum zum teuer hab ich schon die hälfte und Energie verloren was ich alter was machen ich hab durch das mochtort durchgeworfen die granate und dadurch ist sie irgendwie gar nicht effektiv hochgegangen wird hauern okay den kleinen kram krieg ich ja noch hin hier ach können wir mal wieder amulett machen ne amulett ist scheiße da hab ich mich jetzt auf einen konzentriert also bertha ist weg ich auch gleich wow haha brutal was war ich das war ich das etwa steve ruhe haha ok die drei tanten sind weg die drei tanten von der tanke oh ah ihr haustier hat's auch mitgebracht oh wie hatten wir den das letzte mal klein gekriegt ich hab's vergessen der hatte nen knubbel über seinem kopf an seinem stab glaub ich mhm ja und immer an nem ahja ok aha aber was heißt ok die tarn der verdammten ja der verdammte die tarn oh nein was jetzt oh das ist so voll au meine güte hör doch auf damit ist doch voll langweilig oh den hat's aber zersäbelt hey so'n schneller jetzt ist aber gut haben wir nen plan nö ok ich hab auch grad keinen nicht so wirklich also elke kann man schon mal nicht treffen die ist noch in einem anderen zum stand also ihr könnt euch glaub ich zeit lassen der hat sich grad gefühlt auf mich eingeschossen naja jetzt nicht mehr er mag mich ey der ignoriert mich auch die frage ist ja was ist schlimmer wenn die gegner sich an einem festbeißen oder wenn man von ihnen ignoriert wird das ist eine das ist eine sehr gute frage mahn doch mal wie viel hätte er hier aus das ist eine sehr gute frage ich wollte grad mal hier unten schauen ich vermute mal wir müssen auf der rechten seite irgendwas tun warte mal was denn das oh hey was ja wir haben hier diesen roten fingerns hier da kriegt der irgendwo seine energie her müssen wir was ach so naja diese knubbel hier da können wir auch nix machen oh hey die spucker was ich mal machen kann ich kann mal sprengstoff dahin werfen auf diese roten knubbel da oh wie habt ihr das jetzt gemacht keine Ahnung oder geht es nur auf Zeit einfach nur überleben also ich bin nochmal drauf gelaufen ich schieße mal auf das Rode vielleicht naja es kann ja wirklich sein dass es nur auf Zeit geht oh Gott ich brauche Moni ich brauche Skill ganz dringend ja habe ich hier auch irgendwo gesehen der liegt da so rum oh hey echtes Idioten komm mal hihihi hier löschen Aua ach so äh huch Granate äh äh ich habe keine Muni mehr wie kann das passieren wie mir der Sprecher gerade sagt ah yes rolling that's a good trick nachdem wir dieses ganze Spiel gespielt haben was ist mit ihm hier los kann der mal sterben was macht der Kollege da eigentlich ich mein der saugt ja nur ein bisschen am Strom rum hau ach jetzt habe ich gerade nicht gewahrt jetzt habe ich keine Granate Mann da kommen aber viele Fuzzis auch raus oup das ist auch nicht die beste Wahl hier Was sagt denn unser Plan eigentlich Wir haben keinen Wir warten ab sozusagen Ne Einmal ist ja schon was passiert Aber hat das einer aktiv gemacht Oder ist das einfach passiert Das ist eine sehr coole Berechtigung Da schlagen aber immer mal wieder so Blitzer ein Kann es sein, dass wir Also keine Ahnung Ich habe nichts gemacht Ich habe mich draufgestellt Okay Also man wartet bis es offen ist Und dann stellt man sich darauf Das ist jetzt so aktuell unser Plan Na gut Dann kannst du ja recht haben Dass es mit durchhalten ist Der ist echt in die Falle reingelaufen Wie lustig Na gut Dann Machen wir das gleich nochmal Brrr Oh hey ich habe einen Granatenerpacken Was ist denn hier Oh man ich war mitten in der Falle gestanden Oh Ach du bist ja hier Na dann das kriege ich auf Direkt bei mir gespawnt Na ein Traum Nicht wahr Boah Spucker So Ecke befriedet Das ist doch nicht dein Ernst Diese scheiß Fallen immer Irgendwas gesagt mit Strong cup of tea After watching that Ah lustig Hier ist irgendwas mittelgroßes Ich weiß nicht Was es kann Weg mit dem Äh Ich bewege mich nicht mehr Scherben kannst im besten Fall Er ist gestorben Ich Hallo Ich kann mich nicht mehr bewegen Ähm Alex zwischendurch mal A und D Ne Nicht nur W und S Ich kann mich nicht mehr bewegen Ich bin tot Gar nicht Warte muss man dich irgendwo rausholen Kann man dich irgendwo rausholen Ja 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 warte will ich sehen Bin gleich da Ich sehe es gerade nicht Aber wenn äh Daniel schon in der Nähe ist Äh Sprinde Dann Klopf klopf Danke Kann ich mich wieder bewegen oder nicht Was denn jetzt mit diesen komischen Blitzen hier Machen die mal was Unvolles Immer noch nicht Ist wirklich der meiste der Bugs Das ist wirklich so Also es ist total Verrückt Äh Nein Na da Oh du da Hä Kann nichts machen Oh Warte Wie Ich glaube ich weiß was Äh Warte 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 Jetzt geht es wieder Ich glaube ich weiß mein Fehler Mal festen Ja ja Okay alles klar Drück bloß nicht die T-Taste versehentlich Heavy Talk Äh Scheiße Äh ja Aber ich Äh äh Habs jetzt wieder gedrückt versehentlich Und äh ich Krieg's nicht mehr weg Dann drück einmal Enter Dann sendest du was auch immer du gemacht hast Okay es könnte sein dass wir jetzt auf äh 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 Auf vier verschiedene Äh Äh Das Zweite Dann frage ich mich allerdings Wie sie das Warte mal wenn ich hier runtergehe Nee der bleibt aktiv Nee der bleibt nicht aktiviert Okay Ja nee ich hab ja gerade noch ein bisschen Gegner Äh So jetzt dann Ähm Alex Jetzt 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 Ich finde hier noch zwei von diesen Dingern Ich glaube wir müssen insgesamt viermal Elektrizität machen Zwei von so Bodenplatten Äh okay Keine Ahnung Ich hab jetzt gerade gekämpft mich wieder zum Bewegen zu kriegen hier Wie so ein Querschnittsgelähmter in der Therapie Ich kämpf darum mich wieder bewegen zu können Da sind sie wieder Elke Oh die hat ihre Freundin mitgebracht Eine Menge ja immer mehr Margitte, Inge, Gertrud, Elfriede, Hannelore Die ganze Tupperfamilie Mensch Wo sind die jetzt sagt er Ja So was sind wir jetzt da mittenrein Aber der Oh der ist noch dran Ich möchte mal irgendwie Eine hab ich Hab eine Naja okay Auch eine Noch eine Nein Die Tupperbody ist vorbei Nächste Auch eine Gibt hier nix Wir sind da noch von diesen Blödeln da Und die letzte Okay So jetzt ist doch sie fällig Ja es nimmt Schaden Alle Mann auf sie Ja mit Nein mit meiner Shotgun hier Hier ist aber auch noch was auf dem Boden unterwegs Gerade leider Ganz kurz Mutti nachholen Und zwar gar nicht so wenig Oh man Okay Oh 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 Hilfe Und weg Uff Das war knapp Warum hatte sie eigentlich noch so einen roten Balken Der rote Balken war nur angezeigt dass sie so viel Schaden jetzt schon genommen hat Dass sie den in dem Moment bekommen hat Ja okay Was bist du für ein hässlicher Klauen Ich kenne da aus wie ein Butter Was machen die jetzt? Ach der ist die Stampfvorwut mit dem Fuß auf Das war's Schau wie viel schöner Loot unsere Heroin hier haben liberiert Haben wir ganz schön lang vor nochmal Was auch finde ich War doch nur ne Stunde Ja die haben halt Alles in die Waagschale geworfen um den Cake rumzureichen Werf uns mal in die Lobby Werf uns mal in die Lobby Ich werf uns mal in die Lobby Achso warte mal Möchtest du das Spiel wirklich verlassen? Ja Ja drück Ja Ja Hab ich gemacht Ja Ich kenn jemanden der auch das Spiel gerne verlassen möchte jetzt Na gut sei es drum Dann sind wir durch damit Das war Strange Brigade mit unserer ganzen tollen großen Crew Und ja Jetzt wo dieses Spiel fertig ist Fragt ihr euch natürlich Was soll ich jetzt nur tun? Ich weiß gar nicht was ich mit meinem Leben jetzt anfangen soll Da habe ich einen Tipp für euch Guckt mal in die Kanal Beschreibung Äh nicht in die Kanal In die Videobeschreibung Da sind noch die tollen Kanäle von Kim aka Amanari Und dem Olli aka Spielsatzfeld verlinkt Und da könnt ihr auf jeden Fall noch ganz viel mehr von dem Zeug anschauen Da gibt es noch mehr Spiele Noch mehr Let's Plays Ganz viel anderes Zeug Einmal reinklicken Einmal angucken Einmal ja Daumen hoch Und ja dann ist auch mit Sicherheit demnächst schon das nächste Let's Play wieder da Ja und dann würde ich sagen Danke fürs Mitspielen euch alle zusammen Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder In diesem Sinne Macht's gut Tschüss Ciao 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 Jo tschüss